Guten Tag meine Freunde. Ja, dies war hier ein bisschen mehr Licht. Ich glaube und hoffe, ihr könnt ein bisschen mehr erkennen. Genau, ich wollte mich nochmal bedanken für die ganze Unterstützung, für den ganzen Support. Jetzt vorgestern am Samstag, vor allem die Luft war ja die Hölle, das war ja echt übel, 32 Grad, was wir hatten. Wir wollen auch eine Menge andere Sachen los und vielen, vielen, vielen Dank an die ganzen, die uns unterstützt haben, an die ganzen zahlreichen Besucher, Gäste und natürlich auch die Bands, die das mitgemacht haben. Vielen Dank an Holzen, an Trail of Blood, an Arresto Hookdown, also es war super mit euch, jederzeit wieder mit euch, hat echt Spaß gemacht. Und genau, jetzt am Freitag ist ja das nächste Konzert von mir, in Hannover an der Subkultur, Soul Grinder, Chorus Hifter, Dead and Future. Jetzt auf einmal habe ich festgestellt, dass hier noch Ticketverkäufe kommen bei mir im Shop. Ich habe heute noch die letzten verschickt, per Post, damit die rechtzeitig ankommen. Ich habe das jetzt so gemacht, ihr könnt bis Freitag 16 Uhr bei mir im Shop die Tickets bestellen. Ihr bezahlt ja kein Porto, ich verschicke die auch nicht, aber ich bin ja am Freitag vor Ort und gebe die euch dann persönlich. Das ist auch ein Ding, oder? Aber bis Freitag 16 Uhr könnt ihr dann im Shop noch Tickets ordern. Das ist einmal dazu. Und jetzt, wo wir ein bisschen mehr Licht haben, möchte ich euch nochmal die Schaltplatte zeigen von Enema de Grab. Das ging ja letztes Mal ein bisschen unter, wie die Platte aussieht. Ich habe die jetzt im Vertrieb angemeldet, also der eigentlich Release-Datum ist jetzt der 08.09. und ich möchte die Dinger auch losfern halt. Ich denke mal und hoffe dafür habt ihr Verständnis. Hier so sieht die Schaltplatte aus, weil letztes Mal war ein bisschen zu dunkler halt alles. Schwarz, Rot ist Wetter. Und das sieht doch richtig toll aus, oder nicht? Und dazu halt ein wunderschönes Textplatte, 300 Gramm. Und dazu gibt es jetzt einen Download-Code. Der Download-Code, der ist jetzt hier in der Verpackung drin. Das schlummert hier drin jetzt. Aber Download-Code kommt auch noch dazu. Ja, das ist doch richtig gut, ne? Also ihr könnt jetzt die Platte bestellen. Ich schicke die dann bald raus. Und dann, ja, das war es erstmal als News, ne? Wir sehen uns dann, ich hoffe nach Hannover. Vielleicht mache ich vorher noch ein Video, ne? Bis dann, tschüss.